Moment, Fabi? NEIN! Alter, wie der Jonas erst mal voll lang einfach so... Du hast doch gefragt, wie viel... So, können wir uns jetzt darauf einigen, dass wir nicht willkürlich töten? Ich hab ja diesmal... Haben wir uns? Ja, David, diesmal hast du ja willkürlich getötet. Aber ich töte gerne Willkönig, auch ohne dass ich trinke. Diesmal hatte ich aber einen frei von der letzten Runde. Also, wo er spricht, habe ich nichts gewusst. Er hat sich genauso verdächtig verhalten. Aber erst mal was trinken, sagst du. I'm never drinking again. Trinken dürfen Leute, trinken dürfen Let's Play ja nicht. Dürfen auch nicht essen, die ernähren sich nur vom Zocken. Ja, genau. Jawoll. Ach so, und deswegen heißen die Deutschläner, Deutschläner. Genau. Also klar, Jonas steht vor mir und zoomt mich an. Ja, weil ich in der Preparing-Phase bin. Guck mal nach links, Fabian. Oh Gott, nein. Ich bin Preparing. David will mich töten und zwar grundlos. Nein. Oh Gott, die Zeit ist ja oben. Ich bin in uns. Ah, Jonas! Jonas! Was? Es könnte doch noch gar keiner geschossen haben. Bleib weg von mir. Oh, der Fabian spielt auf mich. David, geh nicht in den Raum. Geh nicht in den Raum. Ich hab nix in der Hand. Ich hab einfach nix in der Hand. Ich weiß, dass du nix in der Hand. Lol. Oh, wer hat er geschossen? Der David. Ich geh weg, ich geh weg. Bitte lass mich nur. Ich geh weg. Ich geh weg. Warte, ich spring ins Wasser. Bitte nicht jetzt. Nein, ich hab wirklich nur versehen. Was ist das hier? Ey, hier ist noch ein Traitor-Raum. Der Fabian! Nein, das bin ich nicht. Das ist der Daniel. Moment, Dani? Der Dani ist tot. Der Dani ist unter Wasser. Dani ist nur unter dem Wasser. Lol. Ja, Moment, wer ist er denn jetzt? Ja, der Daniel. Der Fabi. Hä? Ich hab euch das alles nur vor. Ich bin jetzt total verwirrt. David? Okay, der ist tot. Der Fabi hat den eben umgebracht. Nein, du warst das, Daniel. Du warst das. Ich bin grad. Wer ist da oben? Wo? Wo denn? Wo seid ihr denn? Der Fabi ist im Wasser da hinten. Ich weiß nicht, wer von euch das ist. Der ist da hinten im Wasser. Dani, geh weg. Geh nach hinten. Okay, ich geh ja schon weg. Einfach schwimmen. Schwimm ich grad wieder bei dir. Nee. Aber... Wo bist du? Lol. Backst du da auf einmal auf, ey? Moment. Fabi? Nein! Ja! Alter, wie der Jonas erstmal voll lang einfach so... Ja, der war voll verwirrend. Boah. Ja, ja. Aber das ganze... Warum scheiter ich eigentlich immer am Jonas? Das ganze fing an... Weil ich geil bin. Das ganze fing echt nur dadurch an, dass ich... Ich hatte die bessere Waffe. Das ganze fing echt einfach nur dadurch an, dass ich versehentlich abgedrückt hab. Wirklich, ich bin ganz versehentlich auf die Maus gekommen. Ich hab nicht mal einen getroffen. Aber... Das hat er einfach dann schön überdeckt, weißt du, als wir dann... Ich prepare nur gerne deinen Maus. Oh. Aha. Levio Song. Wingardium, Levio Song. Ich hab grad einen neuen Traitorraum gefunden, der ist da hinten im Wasser. Ja. Muss ich mir gleich... Muss ich mir immer gleich ansehen, wenn ich Traitor bin. Die Traitorräume irgendwie nutzlos. So ein bisschen. Wieso? Da kann man sich gut verstecken. Ja gut, aber... Ja, stell dir mal vor, du wirst verfolgt. Von dem Innocent. Und du rennst dann in den Traitorraum. Was soll der denn machen? Ja gut, das stimmt aber. Jonas, grundsätzlich stimmt eigentlich alles, was ich sage, ja? Also... Das ist sehr hart, man sagt was anderes. Äh... Übrigens. Wir nennen keine Namen, aber egal. Das... Oh Gott. Innocent. Innocent. Äh... Ich bin Traitor. Ich bin Detective. Ich bin Detective. Dann detecte mich mal. Oh ja, ich untersuch dich. Ich bin Traitor. Ey, Jonas steht wieder da hinten am Haus. Nein, das ist diesmal der Dani. Oh, okay. Ich bin Detective. Wer lesen kann, ne? Detecte mich. Wer lesen kann, ist so ein Vorteil hier in dem Falle. Ich warte, bis ihr euch einfach gegenseitig umbringt. Und dann weiß ich ja, wer der Traitor ist. Und der Typ da unten schlägt schon wieder den Weg zum Leuchtturm frei. Ja, ich bin David. Lol. Mir hat jemand eine Flashbang oder so übergeworfen. Das war der Jun... Es gibt keine Flash, das ist... Lol. Der Jonas ist vor mir ins Haus gelaufen. Hör, wer ist dein... Wer ist dein... Wer ist dein... Wer ist deinem Leuchtturm? Ja, ich steh am Eingang vom Leuchtturm. Ich bin's nicht. Ich bin da reingegangen, als Dieter mir explodiert ist. Weißt du, dass du krass brennt? Wo? Beide gleichzeitig... Vor mir ist gerade eine Granate hochgegangen. Also nicht direkt vor mir, sondern ich hab die explodieren sehen. Ah. Oh Gott. Alter, wer... Wer schießt auf mich? Wer schießt wo? Okay, da hat jemand eine Brandgranate zu mir geworfen. Weiß. David. Oh Gott. Oh Gott. Wer brennt da? Oh Scheiße. Alter, woher kommt die Brandgranate da her? Lol. Soll ich... Was du? Lol. Der... Der... Der Fabi! Was war... What the fuck? Okay, Daniel war es nicht. Hä? Wer ist das denn jetzt? Alter. Boah. Daniel hat mich getötet. Dann ist es der Fabi, wa? Ne? Und so. Wo ist der Fabi? Da ist der Fabi. Ich hab Angst. Ich geh weg. Da hinten. Da... Wo du immer runter springst da. Wo spring ich denn immer runter? Ja, hier rechts an der Seite hinter dem Baum. So. Und wo ist er? Ist das Wasser? Da, er ist im Wasser. Er klettert jetzt die Leiter wieder hoch. Hallo. Ich bin's nicht. Hallo. Warum ist es so still? Fabian? Ja, ich bin auch da. Hey. Sind wir eure Freunde? Wollen wir uns lieb haben? Jo. Wenn du mit uns alle ausschießt, die David heißen. Hey, ich bin wunderschön. Wo ist der Fabi? Ich seh den immer noch nicht. Ohne Spaß. Bist du immer noch im Wasser, Fabian? Vielleicht. Vielleicht. Der ist hundertprozentig Traitor. Wo ist er denn? Meine Nase. Ah. Oh. Nein. Okay. Ich sollte nicht zu weit zum Wasser gehen. Ah. 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 Es bewegt sich da ruckartig. Ah. Ah, Jonas. Wat? Wat? 65 Wat? Jonas hat nicht mal geschossen. Hä? Wo? Ich seh den nicht. Wie ist er im Traitorraum? Ja, das mag sein. Übrigens, wenn die Runde vorbei ist, haben die Innocents immer gewonnen. Oh. David. David ist es. Was? Das sind Lügen. Lügen. Fabian. Möchtest du mir deinen Standort verraten, dann verbinden wir uns gegen den Jonas. Du kannst mir vertrauen. Echt. Du kannst mir wirklich vertrauen. Ich bin dein Freund und Helfer. Fabian. Fabian. Fabi. Fabian, lebst du noch? Fabi? Wenn ich leben würde, würde ich dir nicht sagen dürfen. Was? Nein. Lol. David, was? Ich hab dich grad aufm Leuchtturm gesehen, bin aber neben dem Wasser gelandet. David, der war da oben. Ach, du warst beim Portal. Boah, Alter, David. Daniel, warum bin ich ein Arschloch? Ich hab dich nicht getötet. Fabi, warum hast du eigentlich mich getötet? Ich dachte, du wärst es. Arschloch. Ich hab ich den Fabi gekillt. Ja, aber du hast ihn nicht gefunden, ich ihn ja auch nicht. Ich war ja auch still, um zu sagen, dass der Jonas es war. Und ich wollte diese Traitorwaffe ausprobieren. Welche Traitorwaffe? Wenn man in den zweiten Traitorraum geht, dann kriegt man da eine zufällige Traitorwaffe. Dann hab ich die Flare Garn bekommen. Wenn du damit auf jemanden triffst, dann geht der in Flammen auf. Ach so, das war das. Ich dachte, du hättest da eine Flammgranate hingebracht. Ich hab gedacht, das macht den Jonas weg, aber der hat dann noch ganz knapp überlebt. Aber ich hatte sowieso nur noch 29 Leben. Ja, damit stirbt man nicht sofort. Das hat alles nicht so ganz geklappt. Ich hatte nur noch 29 Leben wegen der blöden Flammgranate, die einer von euch Mongos vor den Dingens geworfen hat. Ich hab die geworfen. Du bist da doch selber reingelaufen, du Affe! Ich dachte, die wäre aber mittlerweile weg gewesen. Daniel, was soll das? Warum hast du da einen Discombulator hingeworfen? Vandale! Bist du Traitor? Sag doch mal, bist du Traitor? Ich muss mich anlegen. Ich muss mich anlegen. Ich muss mich anlegen. Ich bin... Ah, ne Granate! Inno. Traitor. Wirf den Käse. Detektiv und Traitor und Innocent zusammen. Oh ja. Die... Detraiment. Boah, David, hast richtig einen rausgehauen, sagste. Die liegen da... Alter, wie geil. Äh, wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? So komm ich da hin? So komm ich da hin? Das will ich jetzt aber hart wissen. Nein! Ohhhh. Ohhhh. Was sagste, wer kämpft da oben auf dem Leuchtturm rum, der Jonas? Ja, das sag ich aber auch ohne Spaß. Du sagst, der Fabi. Fabian? Nein, nein, nein. Ich glaub, der verarscht uns. Der Zweig. Fabi? Jonas? Da... 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 Mit der Crowbar schlägt da grad irgendjemand gegen die Wand. Das kam nicht richtig... Ja, ich hab da hinten das komische Ding da freigehauen. Dieses Minecraft-Symbol da. Loll. Ich glaub, der... David... David ist es! Was? Was? Wie kannst du es denn nicht sein? Was? Wo ist der... Hallo? 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 Ich hab den Jonas weggemacht. Der Fabian verarscht uns. Oder du bist Traitor. Das kann natürlich auch sein. Ich bin... Fabi, also komm jetzt ernsthaft. Wenn du jetzt nicht tot bist, dann rede. Ja, ohne Scheiß. Wir wissen's doch. Alter, der zieht halt... Warte, ich geh in die Hölle. Ich will nicht in die Hölle gehen. Warte, ich werf'n Granat rein. Wow. Alles gut. Gut, du hättest die Gelegenheit bestimmt ergriffen. Hä? Ist der Fabi jetzt... Hä? What the fuck? Ich weiß nicht, wo er sein könnte sonst... Oh Gott. Ah, ah, Feuer. Hilfe. Bist du in der Hölle? Ja, in der Hölle ist er nicht. Der Fabian ist schon ein ganz schöner Camper. Das muss man mal einfach so sagen. Ja, genau. Oh, jetzt muss ich warten, bis die Flamm... Ich muss warten, bis die Flammgranate aus ist, sonst komm ich hier nicht raus. Noch 30 Leben. Nein. What? What war das? Ich wollte nur sicher gehen. Wo ist der Fabian? Du bist doch eh da. Entweder... Da, im Leuchtturm. Was? Im Leuchtturm? Im Leuchtturm, der geht da grad hoch. Okay. Kleiner Wegzeit, ich mach' ich kaputt, Junge. Mach' ich kaputt. Oh ja, mach' ich ihn weg. Ich geh' auch noch. Alter! Was schnutzst du alles? Hä? Alter, ich konnte dich treffen. Der Fabian. Dani ist es. David? Oh, oh. David? Oh! Ich bin von unten in den Leuchtturm. Alter. Ach so. Ich hab' die ganze Zeit hinterm Leuchtturm gesessen und... Ach, Fabian, so ne Scheiße, du musst noch mal was reden. Ich hab' mir irgendwas zielt und ich wusste nicht, was die machen. Fabi, du Saftsack, du musst noch mal was reden. Wenn ich gesagt... Ich hab' am Anfang gebrüllt, ach, ne Granate. Und dann war's still. Keine Ahnung, jetzt sogar. Ja, ich glaub' auch. Hat keinen interessiert, ob du rufst. Oh, das ist jetzt die letzte Runde. Wumcha tja. Genießen wir diese Runde mit Ehren und schießen einfach jeden ab. Warum ist das die letzte Runde? Müsst ihr danach auf? Ja, ich... Also, ich hör' dann mal auf und mach' mal Auf-Ausaufgaben, wa? Oh! Auf-Ausaufgaben sind was für Pussys. Oh ne Scheiß. Das ist aber keine gute... Das ist aber keine gute... Das ist aber keine gute Einstellung. Doch. Äh... Da hinten werd' ich hin. Oh Scheiße. Eine bessere Einstellung ist es, äh... Schule ist fürs Lernen und fürs Leben da. Teilweise. Ich glaub' jetzt hasse ich den David. Und der David erbt einfach seine Gaststätte und ist zufrieden. Das ist aber... Vielen Dank.